Die Aufklärung meldet, dass der letzte Extinktionsdruck in dieser Stadt verschwunden ist. Oh Mann, es hat sie entfickt worden, dass hier ein einziges frutiges Schlag fällt. Spectre 1, schnappen Sie sich den Bohrer und zerstören Sie alle Neste. Dann den Sprengkopf schaufmach und wieder zurück. Viel Glück, meine Herren! Ihr habt den Mann gehört, schnappt euch den Bohrer und abrücken! Willkommen zurück zu einer neuen Runde Alien-Modus mit dabei der gierige Dalu-Geyer. Guten Tag! Quentin, die Frau. Internet und YouTube. Und wir bohren. Wir bohren. Hightech. Warum bin ich? Nachkampf. Ich bin doch keine Frau, jetzt hört auf, oder? Du bist eine Frau, oder? Oh, ich hab sie geschossen! Oh nein, oh Quentin. Oh, die Frau wieder, ist immer so. Okay, egal. Oh, Quentin, Frauen mit Waffen. Es geht nie gut aus. Aber die Herausforderung steht noch nicht als gescheitert. Ich glaub, er hat nicht getroffen. Oh yes. Zum Glück, ne Frau. Zum Glück, ne Frau. Ich hab ein Held-Hot-Hot-Une-Ende. Das war schwierig, auch noch. Dein Nebengeschossen. Habt am Bohrer. Ja, haben wir geschafft. Hast du nochmal Glück gehabt. Zum Glück ist er blond. Wie geil, setzt deine Skill-Punkte mal in den Revolver-Kies. Dann kriegst du einen besseren Revolver. Einen besseren. Okay, einer geht und einer hier oben rein. Das ist ein cooleren Revolver. Na, wir sollen wieder hier drüben hin. Quantum, jetzt kommen wir zwar nicht so gemein. Alles cool. Eure billigen Witzchen hier. Könnt ihr euch sparen. Moment, ach verdammt, ich will den Müll. Hey, so ein Geier. 50 Dollar Cash. Klaut mir hier den Müll weg. Ich brauche Rückendeckung. Oh. Eigentlich auch nur Messern. Ja, nur Messern. Ist einfacher. Besonders für Quentin. Wir müssten einen Schuss machen, der trifft und ab dann nur Messern. Ich mach einen, okay? Der verfehlt. Oh, ich bin mal Riff. Oh Gott. Leuchtzignal. Cool. Hier, hier alles gut, alles gut. Nur noch Messern jetzt. Ich will das Leuchtzignal einsetzen. Wie geht das? Mit Kuh. Das kannst du sogar machen. Jetzt rennen. Jetzt rennen. Jetzt missten. Blödsinn geht. Jetzt scheißdreck. Dann mach mit Kuh. Ich hab's eingesammelt. Er hat's hingeworfen. Ich hab's eingesammelt. Nee, war mit Kuh. Danke, Quentin. Ich bin ernsthaft geklappt. Schieß, Kies. Mach ich. Nicht schießen. Was soll das? Wir müssen wieder aufbauen jetzt. Schau, nimm auf zu schießen. Es ist vorbei. Ja, nee, 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 nee. Warte, warte, warte. Das kriegen wir wieder hin. Hört auf. Entweder ihr seid nett oder ich schieß daneben. So sieht sie mir aus. Sie wird ein paar Komplimente. Oh, wo schieß ich denn hin? Oh, das wird mir leid. Du bist eine schöne blonde Frau, okay? Stark. Und dein Charakter ist auch. gut, gut, gut. Und selbstsicher. Hör doch auf, hör doch auf. Wir müssen schießen. Oh, da verfehlen sie. Oh, hier schlitzen wir ja auch alle weg. Oh, hier schießen schon, Mr. Unprezise. Oh, Mann. Wir müssen mal knicken, wie ein Challenge. Ich hab nicht damit angefangen, mit dem Unsinn. Die Blondine war's. Ach, der Klassik. Spar meine Muni trotzdem noch. Guck mal hier. Wir können's noch hinbekommen. Komm schon, wir kriegen's hin. Noch ein bisschen. Gar nix hier. Kein Teamwork. Kein Teamwork. Ich hab'n hin. Ach, Mist. Ich hab'n noch mal gekocht. Und ich hab' alles gegeben. Doch es war nicht gut genug. Ja, du hast uns uns für Fette gegeben. Hey, wer hat geschossen, die Blondine? Okay? Da haben noch andere Leute geschossen. Hab' ich ganz genau gehört. Das glaub' ich nicht. Kann ich nicht mehr aufhören zum Messen. Wozu sollen wir überhaupt cheesen hier? Was haben wir denn jetzt? 25 Aliens mit Pistole. Easy, busy. Sie greifen den Bahoran. Oh, 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 oh. Warte mal, was stand hier, was stand hier? Ich hab' irgendwas aktiviert. Cool. Sie? Den Elektrozaun. Ja. War keine gute Idee. Boah, wieso? Wegen der Pistole, Mann. Ja, wir haben 25 Aliens hier. Ja, bei dir weiß man nie. Das sollten wir hinkriegen, Leute. Immer eure Ausreden für das Fassaden. Für das eigene Fassaden. Okay, die Hälfte haben wir. Der Revolver ist echt cool. Ja, der ist ziemlich gut. Ein Schuss. Dann, die werden alle geröstet. Oh nein. Oh nein. Die Standardpistole wurde aufgemotzt. Das war nicht so gut, oder? Und die Standardpistole doch, die ist auch nicht schlecht. Du hast ja hinterher richtig viel Munition damit. Da ist noch einer. Noch sechs Stück. Wir müssen die abfangen, bevor die zu dem Zaun kommen. Hier drüben. Der will zum Zaun. Unbedingt will er da hin. Ich hab' euch Munition gegeben. Hier könnt ihr auch noch einmal Muni mitnehmen. Wo, wo, wo? Hier bei mir, bei mir, bei mir. Geizig. Noch drei. Drei, 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 drei. Einer noch hier bei mir hüpft da rum. Easy. Lass den rösten. Lass den rösten. Was hast du für einen Sound? Alarm? Oh. Was für eine Sauerei. So. Alles klar. Munition sind ja wieder alle hier. Sie haben ein Verbrauchsding. Okay. Was nehmen wir mit? Ich schau' hier nochmal rein. Hm. Nochmal hier den Colt. Ach, hast du schon so viele Skillpunkte? Können wir weiter? Ich hab drei. Keine Ahnung, was ich hier tue. Ich nenne... Oh. Den Revolver aufzumodzen ist richtig gut. Die letzte Stufe ist, dass du zwei Primärwaffen tragen kannst. Cool. Ich aktiviere den Vora. Gib mir Deckung. Wechseln sie nicht. Achso, okay. Also nicht down gehen, Quantum. Ich will mal gleich Quantum sagen. Ja, wieso? Ja, ich wollte schon... Ah, da gibt's kein Wieso. Bei mir gibt's die ungeschnittene erste Folge. Ein Downton Pro. Ich kann mich erinnern, dass vorhin jemand anderer ganz schön off-down ging. Ja, das... Daran erinnere ich mich auch. Ja, am Geschütz. Für euch. Ja, am Geschütz. Ich war am Laptop beschäftigt. Da hab ich ein bisschen gesurft und dann kam ein Tausende. Mann, nerven die rum. Oh, 200 Cash. Ich geb euch mal Rüstung. Mal schauen, wie das aussieht überhaupt. Da, habt ihr hier eine Weste, könnt ihr hier auf der Kiste nehmen. Oh yes, ich hab eine. Oh, okay. Nobel, Nobel. Ist ja sogar ein Millimeter mehr Rüstung jetzt dazugekommen. Ja, war da, bis ich das Kielpunkt reinsetzt, dann geht die voll. Na, sieh mal einer an. Quantum hat sogar das Frauenmodell. Braucht Munition? Ich setz mal eine Munitionskiste. Bin ja nicht so kalt, Zicky. Manche andere... Level up. Oh, jawoll. Ach, das Trophy System. Jeder weiß ja, wofür das ist. Ja klar, MB2. Kennt man doch. Damals modern Warfare. Kennt man doch. Als er es immer genutzt hatte. Ich werde hier umfingen. Kommt ihr alle her auf einmal. Ich will hier Punkte einsetzen in Ruhe. Sinnlos Punkte verteilen in Ruhe. Schlitzi. Schlitz. Lecker, lecker. Mh... Alien. So, ich stelle nochmal die Weste hin, weil ich keine... Hier, nehmt die mal mit. Hier habt ihr Muni. Und... Hier eine Weste. Nochmal eine Weste. Nochmal eine Weste. Ja, die kannst du es voll machen. So, jetzt könnt ihr hier... Macht voll. Ist ja cool. So, jetzt haben wir mehr HP. Hm. So sozial, dieser... Der Dalu-Geier. So kennt man ihn gar nicht. Das ganze Geld hin. Da liegen sie in meinen Boxen. Irgendeiner kann doch was einsammeln, weil einer liegt noch hier. Was hab ich hier gemacht? Was hab ich... Was ist das Cooles? Das ist gut. Was ist das Cooles? Oh mein Gott. Ein IMS. Einer hat hier noch keine Weste genommen. Nein, ich hab alles. Aber sonst wär die doch weg. Bude, nein. Das sind drei Drohnen. Ja, zweimal Muni. Einmal Weste noch. Ich hab alles genommen. Hier gibt's... Hier ist keine Anzeige. Kann nichts mehr. Na, dann bleibt wohl die letzte Kiste liegen. Was ist jetzt dieses Zeug, was ich hier hingestellt habe? Das schießt ja, okay. Was kann ich noch aufstellen? Noch so'n Ding, noch so'n Deck. Stell dir das aber in die Ecke hier, wo keine Zombies spawnen. Wenn du hier... Oder wo keine Aliens spawnen. Nee. Das muss ich wieder steuern. Ich brauch sowas, wenn ich automatisch... Gibt's sowas noch? Achtung, Skorpione. Da oben. Vielleicht kannst du, wenn du den Geschützturm upgradest, vielleicht geht das dann. Hinter dir, hinter dir. Ihr beschützt mich hier. Ich hab dein Leben gerettet. Wo sind die Skorpions? Such mal schnell so'n Hypnose-Messer. Das wär' jetzt praktisch. Ein Hypnose-Messer? Ja, wenn du das auf'n Alien-Wears, dann kämpft er für uns. Und dann so'n Skorpion nehmen. Das ist Technologie. Ein Hypnose-Messer. Die legen hier noch immer Eier, verstehst du das? Ich bin Hypnotiseur, ja. Wie machst du das denn? Jetzt stillhalten. Stillhalten. Eine Klinge in die Brust. Achtung, Achtung. Der Skorpion. So many points. Stell irgendwas auf. Habt ihr eigentlich noch Rüstung, oder ist die jetzt bei euch mittlerweile? Ich hab' immer noch. Ich hab' immer noch. Ist ganz, ist ganz cool, die Rüstung. Ich halte aber auch ziemlich viel aus. Ach, hast du das HP-Ding mitgenommen? 25% mehr? Ja. Ja, und schon gelevelt. Geht er hinterher auf 100%, glaub' ich. 100% mehr und noch irgendwas. 100% mehr und 100% mehr Nahkampf. Dammit. Ja, genau. Skorpione! Ey, halten die viel aus? Boah, der eine, der da an der Tafel hing. Ich mach' das schon. Ich mach' das schon. Ich mach' das schon. Okay, ich brauch' Munition. Ja, pfui, Teibel! Quantum-State in die ganze Zeit die Granate. Oh, ich hab' Munition gesetzt! Direkt hin! Die Säure ist fies! Ja, von wo spintern sie denn gerade? An der Tafel! An der Motel-Tafel! Immer wieder die alte Tafel! Skorpione! Bum, 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 bum! Ah, ich hör' ich nicht stressig! Wir müssen doch schon die ganze Zivilisation von denen aus gelöschen. Aber die werden ja in Eiern. In Eiern unter der Erde. Da gibt's ja unendlich viele von. Wenn wir einen töten, kommen drei neue. Ja, wo wir keinen töten? Geht das dann ins Minus? Nee, dann werden's unendlich viel. Ja, das würde sie doch komplett überraschen. Wenn wir einfach nichts tun. Auf und im Stehenplan. F von Brandfalle. Was ist das? Ich muss aktivieren. Tausender. Einfach so zum Ansehen. Aha. War super. So kommt Merkel keine Brandfalle mehr aktivieren. Wieso, die ist doch cool. Weil alle, die auf der Straße ja dann durchrennen. Bringt aber kein Geld. Über Tausender, hallo! Wenn du jetzt mehr als 3000 hast, dann musst du es gleich ausgeben, ein bisschen. Ja, stimmt. Moment. Hier drüben machen wir sowas hin. Toll, wie komm ich da jetzt durch? Irgendeiner hat hier ein Feuer gelegt. Hallo? Bin auf der anderen Seite, Leute. Munition hingelegt. Ja, Munition. Kann man sich bedienen. Boah, Explosions-Munition. Die ist geil. Hm, Explosions. Was ist das hier? Oh, hier drüben. Loot. Schützen sie. Oh, ich kann nur noch hinten zielen. Ah, verdammt. Völlig unnötig. Schnellfeuer habe ich gefunden. Nee, die Skorpione sind so mies. Wenn wir so einen hätten. Dafür bräuchten wir so ein Messer. Aber die Messer sind selten. Ja. Ja. Achtung, der Heli. Schlitz! Wer will's wissen? Wer will's wissen? Wer will's wissen? Nee, jetzt habe ich keine Kohle mehr. Irgendwo. Da oben auf dem Berg. Ach, hier drüben. Na, Hallen. Wie viel Geld habt ihr? 1680. Ich nehme zum Einmal Muni. Moment, ich habe vier Punkte. Ich gehe einmal hier... Munition für euch. Was nehme ich? Moment. Ah, perfekt. So komme ich genau auf 6000 fast. Alles klar. Moment. Ich will hier noch ein bisschen was suchen gehen. Die Sachen spawnen ja immer wieder neu. Ich habe zwei Revolver jetzt. Ich will eine Hypno-Klinge. In Revolver anzuladen. Wo sind die Waffen zum Auswählen? Wie meinst du das? Ja, wo habt ihr neue... Ich, auf Tabs, gehe ich in Revolver. Hey, hier drüben ist ein Raketenwerfer. Also du musst erst die P2 zu 6 komplett ausgefüllt haben, oder was? Kommt immer drauf an, was da steht. Jedes Mal, wenn du einen Skillpunkt da reinsetzt, dann steht ja da, was als nächstes kommt, wenn du es drücken würdest. Mehr Schadendreck. Okay. Hab deinen Bohrer mitgenommen? Geld mitgenommen, jeder? Moment, ich muss das Geld noch holen, aber ich lege hier nochmal Munition hin. Ich nehm deins mit. Vorsichtshalber. Lass mein Geld fliegen. Sauer verdient. So, jetzt suche ich mir nämlich erstmal ne feine Waffe. Die scheint mir gut zu sein. Lass aktivieren, was ist hier? Ah, Geschütz hier, okay. Perfekt, perfekt. Legen wir los? Ja. Alles klar, mach ich ran. Nochmal kurz Rüstung aufbauen hier, Leute. Zu spät. Ihr könnt ja trotzdem stacken. Äh, da. So, zweimal, zweimal. Ich bin beim Geschütz, ich warte hier. Es geht los. Wir sind Skorpione, ja? Hier oben links auf dem Dach. Ich kann nicht so weit links rüber zählen. Ab innen. Achtung, der Bohrer. Boah, wie sie über die Dächer springen. Vampire. Ja. Ja. Warte. Ja.